So, da bin ich wieder bei L.A. Noah. Und weiter geht's mit dem nächsten Fall. Okay. Okay. Halt Kohlen irgendwie recht und es regnet wie aus... Hey man. Komm schnell. Sonst wirst du noch nass. Wir fahren jetzt erstmal zum Tatort. Das ist so schön. Das ist so schön. Wie geht's das? Okay. Oh mein Gott. Das ist ein Mann. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich weiß nicht. Hey, wenn du was sagst. Da sind wir. Tatort, 11.46 Uhr. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with the length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death. From her temperature, maybe 2 a.m. But it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message but this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Okay. Dann gehen wir mal hier zur Leiche. Die sieht nicht unbedingt gut aus. Nein. Mal gucken, ob die noch den Ring hat. Also im Moment falsche Hand würde ich sagen. Ähm. Hier. Bzw. die hat gar keinen drin gehabt. Also. Hm. Komisch. Gucken wir uns das mal an. Oh. Es scheint ein Drei-Cleaning-Label zu sein. Superior Laundry Services F1363. Okay. Ja. Und die Schrangulationsmerkmale sind auch da. Ja. Mehr kann man ja tatsächlich nicht. Nein. Ach das. Schuhabdrücke wieder. Schuhabdrücke wieder. No drag marks. Killer was moving around surveying the scene. Aha. Und Reifenspuren. Unser Trainer und unser Killer sind wahrscheinlich der selten und der gleiche. Oh, ja. Ich habe alles. Musik ist nämlich weg. Jo. Wo ist denn Telefon? Da. Ein Baum. EY! Achso. Wo ist denn das? Wer sind sie? Eine neue Partnerin, oder was? Okay. Catherine Barton. Augenblau, Alter 55, Haare braun, weiblich. Zeugung und Anwunderin von Signal Hill? Signal Hill? Ja, Signal Hill natürlich. Welche verdächtigen Personen haben sie gesehen? Ja, glaube ich ihn. Okay. Das war schon. Dann können wir jetzt ans Telefon gehen. I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services. 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thanks, man. Okay. Dann können wir ja wieder fahren. Ach, äh... Wo ist die Sitze schon da drin? Gut. Fahren wir zum Superior Laundry Services. Fahren wir da hin. Schau, wie füllen die noch runter? Excuse me? With no message? Where? On the Vic. The last part, he said something bad. This one did. I'm failing to follow you. Can't be the same guy as I said. Right before you start trying to link Mr. Malvinato and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern. Und, ähm, ich kann euch sagen, das ist hier der letzte Fall, wo ich noch alles weiß. Den nächsten nicht mehr hin. Ja, ja, ja. All ist ja in Ordnung. Man muss doch nicht an meinen DM nicht suchen. Das macht. Ich hab keine Zeit. Wie gesagt, das ist, äh, beziehungsweise wie ich gerade gesagt habe. Ist das hier der letzte Fall, den ich, äh, kenne. Danach kenne ich. Beziehungsweise ab dann ist alles, äh, blind. So. Superior Laundry Services. Laundry heißt, glaub ich, Wäsche. Was ist der Chef? Ist das Ihr Chef? Hm? Felps und Galloway, LAPD. Wir investigieren einen Fall. Und eine von Ihren Laundry-Labels kam. F-1363. Wenn du mir einen Moment gibst, dann gehst du einen Registrar und du kannst uns sehen. F-1363. Ein Asiater. Ein Xing-Shong-Shinamann. Nichts ging an sie, das war jetzt so. Ist nur witzig. Nicht mehr. Okay. Das ist meine Dress, ist es da? Okay. Können wir, glaub ich, wieder gehen. Komm, check ein, Rusty, wir fahren. Nur 43 Emils. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, please, for once. Can you not let your assumptions color your detective work? Oh, ist ja direkt hin und her. Da ist es doch schon. Okay, gehen wir rein. Die müssen leider die schon mal Nachricht rüberbringen. Wenn's natürlich deren Haus ist oder sitzen welche. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kinda dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Taraldson? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Taraldson? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. I'm very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Taraldson. But we are gonna need you to answer some questions. First, we're gonna take a look around. What for? You don't think... It's procedure. You see to your girls. Yeah. The army, little. Where are you? The army, little. Everything will be alright, dear. We would like, Mommy to come home now, Daddy. Weil ich glaube, die wird erstmal nicht mehr nach Hause kommen. Ähm. So wie hier? Hm. Okay. Maria? Was? Tempel? Tempel-Gritons? Okay. Tempel-Gritons. Hm. Zu mir. Oh. Bär-Gritons. Okay. Vielleicht ist das noch ein... Komm, wir zünden mal an. Komm. Ach, Cole, du bist ein Spielverderber. Ich wundere, warum die Bildung ausgelöst wurde. Mhm. Würde ich auch gerne wissen. Da war was. Oh. Was haben wir hier? Ach, Müll! Aha! Eine Handtasche ist Müll. Okay, wenn du das sagst. Um. So, wie hier? Barron's Bar again. Someone must be real sweet on this dive. Okay. Do I sagst? Excuse me, ladies. Excuse me. Versteht er? Äh. Ah, kann ich nicht lesen. Hier ist wieder eine Handtasche. Und weh, du sagst wieder Müll. Ja, komisch. Nippenstift. Ja. Nein! Ich wollte den Gegenstand untersuchen. Komm. Oder ist damit nix? Ne, ich glaube nicht. Ja, wappen. Ja. Führerschein, ja. Driving License. Okay. Okay. Stellen wir das mal wieder da hin. Oh. Oh. Drei-Jägerschuhe. Große Acht. Oh, oh. Mr. Turrells, das sieht nicht gut aus für sie. Oh, oh. Lars. Lars war raus in der Reine last night. Oh, oh. Lars. Mal gucken. Alles matschig. Es kann natürlich auch sein, dass er hier irgendwie was gemacht hat. Aber schon verdächtig. Hallo. Oh. Der Bus steht in den Weg. Ich bin der schwarze Mann. Warum soll ich denn zum Telefon gehen? Was ist denn da? Was haben wir denn hier? Nicht gut für dich, Lars. Okay, das war es jetzt auch gut. Also haben wir alles. Polizei, Polizei. Aber die ist schon hier. Ja, du hast die. Da habe ich schon lange geguckt. Geh mal weg. Du stehst im Weg. Du hast ein bisschen zugenommen. Ich werde momentan aus dem Weg, meine Damen und Herren. Da. Okay, dann geh ich ans Telefon. Was willst du denn da? Operator, gib mir Dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, Badge 1247. How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the Alibi. I'll get a Prowcar dispatched. Thanks. Okay. He mir das auch erinniged.